Ihr habt Ohren für Patienten, trotz hoher Inzidenzen. Ihr habt ein Auge für Visionen, für moderne Methoden. Ein Gespür für die Menschen. Ein glückliches Händchen. Und deshalb bringen wir euch heute dieses kleine Ständchen. Ob Ärztin oder Pfleger, ob Pförtner oder Träger, ob in der Leitung oder der Verwaltungsabteilung, ob Utility oder Facility Manager, wir senden Daumen hoch und ein Herz über Messenger. Ihr seid ein Ass beim Tennis, wenn man Aufschlag hat. Ihr seid der Klee in einer Wiese mit vier Blatt. Ihr seid POS, Pieces of a Sum, Teile eines Ganzen. Ass, Klee, Pi, Os, wir zusammen. Es ist eine Hoffnung, ein Vorhaben, eine Idee, die euch treibt von Sylt an den Bodensee über Berufe, Stationen, Kilometer hinweg. Ebenet ihr dem Prinzip von Heilung den Weg. Hierin verbunden und kraftvoll gelenkt. Ein Organismus aus vielen Köpfen, Herzen und Händen. Zwei harte Jahre liegen hinter euch allen. 16 Ländern mit Regeln unterschiedlich gestaltet. Von Norden bis Süden hieltet ihr Menschenleben in euren Händen und habt alles gegeben für Behandlungen, Sicherheit, Impfungen. Als Influenza gegen Influenza verbunden. Ihr stelltet selbst euer Desinfektionsmittel her. Ihr hieltet die Stellung. Manchmal war es verdammt schwer, gegen Bürokratie, Wahn und Spahns Sparplan anzukommen und sich doch eigentlich nur aufs Wesentliche konzentrieren zu wollen. Doch eine Hand, die weiterarbeiten müsste, ist gebunden in sinnfreien Paragrafen gerüsten. Sie dokumentiert. Dokumentiert. Kodiert. Kodiert. Paraphrasiert. Durch Fallpauschalen wie durch Eisberge manövriert. Denn es wird noch immer nicht einfach nach dem Ergebnis geschaut, sondern stur verrechnet und stetig misstraut, wo meine Oma Kalubke mit Herzklabaster Gleichgesetzt mit Fritzi, dem Rennradfahrer Wo nur fünf Stunden Zeit sind für eine Geburt, wird das System dem Menschen nicht gerecht und schadet ihm nur. In all dem habt ihr einander. Seid zusammen stark. Gegen Covid. Für Gesundheit. An jedem einzelnen Tag. Ihr seid Digital Healthineers. Geht als Pioniere voran. Wo Digitalisierung heute Wunder wirken kann, seid ihr in Social Networks miteinander verknüpft. Die komplette Patientenreise digital unterstützt. Daten. Reha. Nachsorge. Videokonsultation. Virtual Reality-Brillen zur OP-Vorbereitung. Happy Med-Brillen und KI zur Diagnose. Ihr seid heute schon in der Zukunft verortet. Lebt den Wandel. Verändert euch. Nehmt alle mit. Durch Awards und Ideen-Cafés. Ihr seid innovativ. Bottom-up auf der Reise euch zu optimieren. Der Gewinn, den ihr hier erwirtschaftet, wird reinvestiert in das, was euch noch besser macht. Ihr seid grün. Ihr denkt in einen Morgen hinein, in dem unsere Enkelkinder verweilen. Clever. Und nachhaltig. In so vielen Bereichen. Ihr spart Wasser und Verpackungen ein, sammelt Müll zum Wiederaufbereiten. Dabei seid ihr bunt, lebendig und offen für alle, die mit euch gehen, um diese Welt zu gestalten. Blickt mutig über alle Tellerrinder. Vereint in eurem Team über 200 Länder. Ein Reichtum, der euch beweglich und vielfältig macht. Es geht nicht um Aussehen oder Herkunft. Es geht um fachliche Kraft. All das ist Asklepios. Und du bist ein Teil. Von etwas Großem, weil ihr unvergleichbar seid. Als ein buntes Team seid ihr kraftvoll vereint. Lebenswichtig. An allen Punkten der menschlichen Reise. Von Geburt bis Sterben seid ihr da und begleitet. Haltet Hände, beschützt, heilt und wendet das Blatt. Immer wieder aufs Neue, jeden einzelnen Tag. Dafür wollen wir euch danken. Mit warmen Gedanken. Mit Hoffnungen, dass pandemische Winde sich drehen. Mit Wünschen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Mit herzlichen Grüßen. Team Scheller sagt, frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr. Ihr habt Ohren für Patienten, trotz hoher Inzidenzen. Habt ein Auge für Visionen, für moderne Methoden. Ein Gespür für die Menschen. Ein glückliches Händchen. Und deshalb bringen wir euch heute dieses kleine Ständchen. Ob Ärztin oder Pfleger. Ob Pförtner oder Träger. In der Leitung oder der Verwaltungsabteilung. Ob Utility oder Facility Manager. Wir senden Daumen hoch und ein Herz über Messenger. Ihr seid ein Ass beim Tennis. Wenn man Aufschlag hat. Ihr seid der Klee in einer Wiese. Mit vier Blatt. Ihr seid POS. Pieces of the Sun. Teile eines Ganzen. Ass, Klee, Pi, Os. Wir zusammen. hacer Einen. Ein Gutes. Coincide. Denn Sie können das ganze Salami zurück내ken. Was ist das? Ich kann mich noch auf dem Weg. Ich kann mich noch auf dem Weg. Ich kann mich noch auf dem Weg. Ich kann mich noch mal. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020